Schnipp, schnapp, Haare ab. Oh mein Gott, das ist hier ein Horrorfilm. Oh, ich hab Gänsehaut. Ich glaub, ich geh kotzen, Leute. Zeit für das große Umstyling. Ich hab Angst. Rot ist die große Schere. Ich fang an schon zu schwitzen, Leute. Guck mal, wie rot ich bin. Ich hab so richtig Glühbirnenkopf. Das große Umstyling. Da, 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 da. Oh mein Gott, Leute. Euer Blick, die Arme. Sie kriegt eine kurze Frisur. Ah ah, ah ah. Was ist das für eine Farbe? Sieht aus wie Erdbeerjoghurt. Oh mein Gott. Was geht bei dir denn heute für eine Farbe? Gar keine. Ist das lila? Oh mein Gott. Ich hab euch gesagt, ich krieg so ein Riesenpony, Leute. Wie so ein Pferd. Das ist Fokuhila, Freunde. Das gehört schon Mut dazu, hier mitzumachen, ne? Oh wow. Die neue Staffel Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum. Donnerstag, 20.15 Uhr. ProSieben